Oh Gott, das wird so verkacken. Die sehen das Unsichtbare. Das ist kacke. Naja, die sehen sie schon nicht. Hoffentlich wird es genauso spannend wie eben. Oh mein Gott. Spamming. Scheiße. Irgendwie ist das nicht so flüssig, wenn ich selber so spiele. Egal. Reicht ich wann angerufen hast? Keine Ahnung. Komm her, ich heil dich. Passt. Passt schon. Ja, der warf kann man toll. Boah. Irgendwie ist das überhaupt nicht mehr flüssig. Bei mir ist das desto flüssiger. Ja. Geht's? Nein, geht was. Geht's? Okay. Nee, passt wahrscheinlich auf Voll-HP. Alter, hier ist ein Spammer. Was soll ich gegen den machen, wenn er mich vorspannt? Da komm, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Hinter dir. So viele. Ich komm zu spät, um dich zu holen. Tschüss. Weg mit dir. Stirb. Geht doch. Hinter uns. Oh mein Gott. Das geht ja gar nicht. So, geht. LOL. Ein Zentimeter vor dem. Warte. Kannst du schon nicht spielen? Hinter. Wow. Bahn. Immer geht. Wom. Stalker. Leck mich doch. Geh mich. Was? Schon wieder? Oh mein Gott. Prinz ist dark. Wie ich PS hasse. Ich hab ein HP. Was? Ich hab ein HP. Wer süß schon dir, wenn ich ein HP. Ja. Nein. Wie bist du gerade noch gestorben? Weiß nicht. Mein Gott. Ich bin so scheiße. Nein, ich wissen nicht. Loll. Hä? 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 Was war das denn? Weiß nicht. Ich hab irgendjemand anderes gesehen. Was ist das? Aua! Mann! Warum gehen die alle hierher? Das ist unsere Base. Nicht sterben weh, du stirbst. Ich würde dich zuschlagen. Aua. Oh, warte. Oh mein Gott. Bevor ich jetzt nicht die ganze Zeit empfehle. Oh, jetzt werde ich auch noch von dir gestalkt. Nein! Warum springe ich? Hinter dir! Ja! Die Bär, aber die Basis ist nicht mal sicher. Hast du jetzt eigentlich... Nein! Oh mein Gott! Nein, nein, nein. Oh, diese... Du wirst nicht sterben, auf jeden Fall nicht. 16 HP? Natürlich werde ich jetzt drauf gehen. Versteck dich irgendwo. Ich bin tot. Ah, diesmal machen die Base-Cram das für Scheiße. Was ist das? Fall aus der Welt! Hast du jetzt eigentlich Aufnahmebruch? Ja. Oh mein Gott. Mann. Sonst wird es auch nicht so bei mir lecken. Oh man! Oh! Dieser Sperma! Kannst du mich heilen? Und du mich? Ja. Oh mein Gott! Da war irgendjemand sichtbares. Ich bin ihr Only Dagger im Ernst. Oh. Hast du Fuller-Beep? Oh! Alter! Puh! Wie er spammt! What the fool! Was? Ah, der hat mich auch... Der hat auch Dings! Der hat auch... Irgendwie zu bleiben. Ja, der ist böse. Und hat auch Dagger. Der hat einen heftigen Dagger. Ja, der hat mich damit immer gekillt. Der ist der böse Weg, der mich immer killt. Oh, der steht wieder neben mir! Oh, der stand hinter mir! Oh, ich hab's gesehen. Boah, wie viele sind hier unsichtbar? Das macht mir Angst. So, geht doch. Oh, ein unsichtbarer Daggerer. Nein, falschen. Okay, ich hab... Oh Gott! Der ist echt so blöd, um auf der Welt stehen zu bleiben. Ja. Ich hiel dich eigentlich nur. Ich mach gar keine Kills und so. Ja, dann hiel mich eben nicht. Nein, ich hiel mich nicht. Macht mir Spaß. Ich will ja, dass du eine gute KD hast. Oh nein. Aua! Ah, wie die mich aufregen. Jetzt könnte ich gerne hier gebrauchen. Oh Gott! Ja, gleich. Mein KD ist richtig schlecht. Bisschen Wallshooten. Mann! Zu viele! Der wird jetzt drauf gehen. Mein Gott! Auf dich so viel zu bewegen. Mein Gott! Entschuldigung! Kann ich kaum heilen. Ich treffe irgendwie nicht mehr. Dem hab ich doch... Er hat das vorhin aufgenommen. Nein, das liegt an der Aufnahme. Das ist ja nicht so flüssig wie so normal spielen. Nein! Mein... Mann! Der ist kurz vorm Sterben. Das nicht. Wie viel lehm hast du? 55. Okay, ich hiel dich. Ich hiel dich halt irgendjemand anderem. Wirst du reichen. Boah. Stößt alle, ey. Oh Mann. Ja. Zwei versus ein. Loll. Auto ein Waffen. Ich werde dich heilen. Bleib hier. Bleib hier. Mann! Wie viele da kommen? Warte. Die haben uns eingekämpft. Ich muss hier raus. Dann auch los. Ich kämpfe mich jetzt hier durch. Ich brauche eine Nahkampfwaffe. Dieser unsichtbare Deja, ne? Ja. Genau jetzt. Ja, jetzt eher hat er. Das ist richtig schlecht. Boah, meine KT ist richtig schlecht. Richtig. Nein, da kannst du mir jetzt nicht widersprechen. Hä? WTF, Charakter gewechselt. WTF, Charakter gewechselt. Und er hat verlassen. LOL. Die haben Charakter gewechselt und wurden dann gekickt aus dem Raum. WTF. Warum gekickt? Weiß ich nicht. Die sind alle aus dem Raum geflogen, die gerade die Charakter gewechselt haben. Ich weiß. LOL. Dieser unsichtbare Deja. Nein. Da. Da. Mann, ich mag es nicht, dass die das... Alter, schau mal. Fünf gegen drei. Ist doch voll der Mist. Wo bist du? Oh mein Gott, komm schon, ein paar Mates. Du. Ich rieche dieser Deja auf. LOL. Ich bin aus dem Runtergedeckert. Mag die Lücke nicht. Oh mein Gott. Hinter dir, hinter dir. Ja, da. Da, da, da. Hinter dir. Da. Nein. Oh. Knapp. Nein, 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 nein. Ich bin aus dem Runtergedeckert. Wirklich mal. Was? Und ich war gerade, Lauf. Lauf. Ich hasse ihn. Hinter dir, hinter dir. Stör. 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 Nein, du haust... Haha, dann... LOL. LOL. Ich bin da. Ja. Danke. Mir fehlt ein HP. Es ist ein HP. Oh man. Kein Bock mehr aufbaut. Oh mein Gott, ich hab 24 HP. Der da muss weg, dann ist alles okay Wo bist du denn? Ich halte dich, warte Unsichtbar Nein, da ist der Dejara Nein, der ist der Dejara Geh drauf Hinter dir Hinter dir, hinter dir, lauf Versteck dich irgendwo Verstecken hast du mich nicht gemacht Oh, dieser Dejara Okay, passt Ich bin zu schlecht, um zu decken Oh, hier war irgendwo der Dejara Okay, ich hab ihn gefunden Ich hab genau in die Ecke reingedasht Ist er gesprungen? Hab mich dann von hinten gedeckert Nein, das ist schon wieder Ich hab es genau gesehen Ich hab es genau gesehen Da braucht er sich nicht verstecken Hier jemand ganz falsch Nach ran Ich schieß jetzt mal ein bisschen Kein Lippen auf Na komm Ich hasse von allen Seiten abgeschossen zu werden Mein Gott Oh Gott, Mann Lass mich doch mal in Ruhe Wieviel leben? Zwölf Okay Irgendwie hier kein Quitball Ja, weil du oben standst Was? Das invisible Ich hab's gesagt Ich hab's gesehen Wo ist er her? Wo ist er her? Da, da Du wirst nicht davon kommen Diesmal nicht Boah Meine Fresse Ich dagger immer daneben Ich schaff's nicht Genau zu decken So, der wird jetzt drauf gehen Oder auch nicht Oder auch doch Und der Ist schon drauf So, jetzt Spontrappen wir die mal Oh Vergessen auch Äh, wie hab ich da gerade nicht getroffen? Okay, das wird zu heftig Herr, wo bist du hin? Hä? Brace Warte, hier, warte Irgendwann Okay, ich sollte aufhören Dich jetzt zu heilen Mal zu kämpfen Damit meine KD nicht so überläuft Oh mein Gott Alter, die kann mich mal Die kann mich mal Die kann mich mal Boah Kein Schuss mehr Wo bist du, wo bist du? Hier, wo du nicht bist Hä? Ich bin der Base von denen Weiß was? Nein, bist du gar nicht Naja Ich bin jetzt in unserer Base Okay Ich muss mal MS mitnehmen, oder? Nein Wenigstens hat das gespammernd ein bisschen aufgehört Soll auch zu springen Kann ich nicht Jemand noch hier? Du bist so ein guter Gunner Ja, ich bin so ein scheiß Gunner Trotzdem bin ich Zweiter Ja Auch wenn ich mieser Gunner bin Ja, vorbei Ja Ich bin mieser Gunner Aber ich bin trotzdem Zweiter Okay Passt du, oder? Ja Mach mehr Gleich Jetzt Oh, mach mich Okay Angepisst Ja Ja Ja